Das ist das Ende der Unterdrückung unseres Volkes. Wenn wir uns sehen, Scorpio, werde ich Ihnen meine Dankbarkeit beweisen. Das ist das Ende der Unterdrückung. Opfer. Sie liebt nur das Geld und räumt jeden aus dem Weg, der hier an die Quere kommt. Das ist das Ende der Unterdrückung. 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 Willkommen. Das ist das Ende der Unterdrückung. Und in der Zwischenzeit arbeiten Sie für mich. Okay? Okay. Ich tue, was mir gesagt wird und halte den Mund. Sie besorgen mir Infos über diesen Amerikaner und stellen keine Fragen. Das ist das Ende der Unterdrückung. Und was bedeutet mehr Macht als die Spaltung von Atomen, frage ich Sie. Wir befinden uns in der Nähe des Awan-Shed-Awan-Atom-Kraftwerks. Es kann Teilbesitz auf mehrere Arten mit Energie und Macht versorgen. Und schon bald wird es den Ulas gehören. Aber meine tapferen Soldaten brauchen zur Übernahme des Kraftwerks ihre Hilfe. Wenn Sie das tun, werden Sie mich vor Freude strahlen sehen, Zeradu. Ein Halt in der 10-Bring-Skorpion. Die ganzen Halt in der 10-Bring-Skorpion. Die ganzen Halt in der 10-Bring-Skorpion. Ihre Aufgabe ist, mich ins innere Kraftwerk zu bringen. Ich hacke mich in Ihr Computersystem und übernehme dort die Steuercodes. Okay, los geht's, Ulas. Und Sie, Scorpio, sorgen dafür, dass ich am Leben bleibe, okay? Ich nehme seine Flanke. Ich sehe das Ziel. Wir kommen nicht durch den Eingang. Scorpio, finden Sie einen Weg außen herum und öffnen Sie uns von innen. Das ist offen. Kommt schon, gehen wir. Kümmern Sie sich um die Männer in den Türmen. Wir Hünder sind von deinem Kleid. Gebt ihm Feuerschutz, tapfere Ula an. Wunderbar, jetzt kann es weitergehen. Verstärkung ist unterwegs, etwas Geduld. Ich kann dir helfen, deine Waffen und Fahrzeuge aufzumotzen. Noch mehr auf den Stegen. Kümmern Sie sich darum, Scorpio. Sie haben Scharfschützen. Kümmern Sie sich darum, Scorpio. Sie haben sie erwischt. Ulas, vorwärts! Hör zu, Brüder. Wir haben es fast geschafft. Kämpft weiter! Scorpio, kümmern Sie sich um das Geschütz! Schöne, 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 Schöne! Da ist er! Das ist das Terminal. Sie müssen mich beschützen, während ich mich ins System hecke. Es wird eine Weile dauern. Dann bin ich beim Hacken, ihr Idioten. Das macht dich sehr wütend. Ich hab ihn! Ich hab's! Das Kraftwerk ist sicher! Ich hab's! 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 Ich hab's!